Martin, sag mal was. Nö. 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 Martin ist voll stumm. Wo er sagt was? Er kommt voll auf YouTube. Ja. Da ist jetzt 15 Sekunden drauf. Ähhh. Was geht ab zu? Ja, wir sind hier wieder voll live von Mark Twanzen Teil 2 heute Abend. Wir haben immer noch nix gefangen. Es ist jetzt, glaub ich, 22.30 Uhr oder 22.45 Uhr. Keine Ahnung. Das ist nur das Gleiche. Ähm. Gefühlt 12 Grad. Elf. Elf? Ja. Elf. Ja. Die Grenze schmeckt noch. Bier schmeckt auch noch. Ähm. Ja. Licht krägt noch. Martin ist auch da. Oh, da. Das ist Martin. Martin, guck doch mal. Das ist Martin. Schön groß an Fris Torge. Schon wieder? Endlich mal unsere Videos. Dann musst du auch mal hier, ne? Genau. Dann musst du auch mal unbedingt mal Bescheid sagen. Wessel Buhren an der Tankstelle. Ich seh ihn doch nicht mehr. Ach, du siehst ihn doch nicht mehr. Studieren. Moment, und studieren? Ach, warum musst du auch immer studieren? Sag mal Tschüss Buhren. Ja. Dicke Ficke. Dicke Ficke